Starreder weg, zieh durch. Einer im Raum. 2 im Raum, 3 im Raum, 4 im Raum. Cavera ist oben. Cavera oben, 4 im Raum. Guides verletzt. Guides verletzt. Direkt rechts Bandit, direkt rechts Bandit. Im Tresor. Capcan verletzt. Broke. Nur noch Bandit. Was ist denn jetzt passiert? Wir haben gewonnen. Oh ja, hier sind meine Claymore. Die habe ich hinter Dresden. Aber ich habe einen Klee geklaut, sorry. Bevor ich runtergesprungen bin, dachte ich, wenn die über Dresden kommt, da stellt sich jetzt eine Claymore hin. Bats. Nach rechts. Jetzt hat er die Kleeblei. Die Kamera weg. Heading mags! Best Angle. Mio West. Sagen wir auf unten oder oben? Ich glaube, der auch noch wirklich. Äh, auf der Ebene, ist der. Die erste Boer bringt mich. Ach der meinte Boah halt dass ich nicht das irgendwie Hilf du in den Spot Kommt vor Hm Komm Mach jetzt gleich den Hedge auf schätze ich Haben wir auch noch was? Nur auf den Hedge die müssen über den Hedge trauen Wir getroppt Wir haben ihn geklaut Wir haben ihn geklaut Ficke Das ist ja trotzdem Wir haben ihn Kommen C4 Mitteltreffer Lieber der Kaperoni Alter Wird verstärkt sein Oh ist nicht verstärkt Dock und Rook da hinten Dropper ist nicht verstärkt Das ist natürlich schon mal nette Info Rook weg Dock war rechts Hinter der Bombe Ja Ja Das war echt scheiße von mir Sorry Ja ne das ist Ist nicht alle noch Blue von uns? Mute stand auf der Treppe hinten Pepperoni Wir waren am hocken Oh Mann Die sind davon alle gestorben Oh Mann Die müssen durch die Tür kommen Die müssen durch die Tür kommen Links von dir Der Dock Der Dock auf jeden Fall Ist ja bloß und der Wow Shit Alter Nein Sehr geil Beseitentür Na gut Beseitentür wo das Fenster war Rechte Seite Squishy Fuck Oh Ich bin noch Arme Oh ja Scheiße Da Puh Hello Ist clear Also Klassenzimmer ist clear Da liegt einer hier direkt unten Ding Jo Hab ich aber Die Ecke links ist auch clear Die kurze Ecke In der Halle In der Halle In der Halle vorne ist auch keiner In der Halle ist auch keiner Direkt vor deiner Tür ist auch keiner Äh Puls ist Unterm Dropper von der Amping Lock ihn raus Lock ihn raus Der rennt jetzt weg Der rennt in den Raum rein Schade ich dachte Ich komm jetzt oben rein warte Rechts Ach der liegt Mit einer Schraubt kann Komm mal raus da Hinter uns Hinter uns kommt was Der ist Der ist der nach unten gerannt Auf die erste Zwischenstufe Nach meinem Kill Der ist immer noch dort Wo Oben Luke Wo In den In der Treppe Unter dem Dropper Bei der Treppe Der schießt quer Jetzt wird er rein Holo ist er rein gerannt Double Door Der ist doch nicht mehr Ok Genau wo du eben hingeguckt hast Da ist er Wodo kann ich jetzt auch nehmen Patcher rechts Rechts Das Modellraum Beim Modellraum ist er Durch den Double Door rein gerannt Der muss von Der liegt am Boden Ja Luke weiß ich Ich plant mal einfach Ja Unbedingt Sehr geil Den Rosen Alter Ich wusste einfach nicht wo er ist Mensch Scheiße Ist da unten sind sie drin Kitchen Äh Twitch und Montagne stehen vor dem Fenster Vor B Oder A Oder Ne B In der Falle Fenster Ich denke das ist Fenster B Ja 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 hier Hier Da die beiden Äh Montagne äh Montagne wird aufgeholfen Die Pings sind nicht mehr aktuell Direkt unter mir ist einer Äh Twitch planted Twitch planted Der hintere Ping Auf Fuck Jawohl Scheiße Diffuser located Protect the Bombs Disable the Diffuser Da ist niemand Da ist niemand Ne Malte Oben läuft noch einer Letzter läuft oben Kommt Treppe runter Nordseite Treppe Nordseite Der ist jetzt runter getroffen Jawohl Sehr schön Jawohl Alter Blackbeard down Mano Der ist noch mal einer Mitten im Raum ist eine gelbe Säule Der ist schon tot Der ist schon tot Da war noch mal einer Noch einer Der ist noch eine Säule Ah weißt du Das ist noch eine Säule Biot Der Treppe ist einer Kannst du durch die Wand killen Geht Treppe okay Du musst herziehen Der Treppe ist Der Treppe ist nicht Der Treppe ist gut Nicht live Haben wir ihn? Ich habe Kahn, Hull, Ruck und Kapkan sind Der Ruch ist im Bad Im Bad? Safe? Workshop ist Capcom Workshop ist Capcom Weg im Wohnen Wo war Capcom im Workshop? Ja, Toiletten Ach so Wo war alles gerade gefühlt in den ganzen Moni? Ich glaube noch zwei Magaziner mehr brauchen Für den Workshop Tür gleich Wohin? Nein, nein, nein In dem Raum drin Nein, nein, nein In den Workshop drin Rechts Da, rechts Die Struktur ist walking Das ist Michael Rechts, wenn ich es kurz sagen darf Sch-sch-sch-sch-sch Das sind Bob Hort Tür Was war das denn? Alter